hallo leute und herzlich willkommen zum neuen video vom kanal ausgegebenen anders weil mich einige gefragt haben wie man das macht möchte ich euch heute mal zeigen wie man mit adobe photoshop ein mockup macht was ist ein mockup was ist eine ja wenn ihr hier auf google mockup eingeht werdet ihr sehen das heißt so viel wie attrappe oder ja diese attrappen werden halt im online marketing bzw generell im online bereich als sehr gern eingesetzt wieso ihr seht es hier habt ihr zum beispiel vorschau mockups wurden eure eigenen grafiken oder designs hineinsetzen könnt sprich hier seht ihr zum beispiel artwork hier das heißt in den rahmen können wir etwas einsetzen was ihr wollt das ist zum beispiel zum kostenlosen bereich es gibt nämlich auch mockups die etwas kosten und ja wofür macht das sinn also einfach zur schöneren darstellung eurer marke oder sonst irgendetwas ja ihr habt zum beispiel ein ebook geschrieben dann schaut das natürlich cool aus wenn es ein ebook ein hardcover ist einfach um auf der verkaufsseite das zu haben oder im bildschirm so wie ich das immer oft machen wie schaut das ganze ist dann aus ihr ladet euch das jetzt zum beispiel runter geht da drauf und sagt download und so weiter ich habe das schon habe ich schon voraus genommen dass ich jetzt eins mehr untergeladen haben nicht ein ganz einfaches das ist ein macbook pro retina display mockup hier sieht man es zum beispiel so kann es dann ausschauen ich meine das schaut jetzt normal aus oder oder so kann es ausschauen je nachdem was man möchte dann hat man hier findet man eben noch die pc dabei das heißt die photoshop dabei die öffnet man und dann kommt man eben hier auf diese möglichkeiten jetzt hat man hier ist teil 2 und hier kann man es teil 1 zum beispiel einschalten und was kann man jetzt hier machen ich habe mir zum beispiel vor einem bildschirm bildschirmfoto gemacht von von dem von der seite mockup world wo ich euch die mockups gezeigt habe geht jetzt hier seht ihr ihr screen hier klicke jetzt hier doppelt drauf lege meinen bildschirm hier rein schauen noch dass das passend ist zack zeige hier auf speichern und dann sollte das auch eigentlich schon übernehmen ich schaue es nur kurz ich habe jetzt vielleicht bin im falschen style drinnen ist teil 2 so die cd hier habt ihr euer eigenes mockup erstellt und ihr habt einen pc ohne dass jetzt einen ja großartig was machen muss das hat es zwei minuten gedauert und ihr habt ein wunderschönes mockup dass ihr bei eurer seite nehmen könnt oder sonst irgendwo ihr könnt ihr natürlich andere auch andere mockups auch nehmen wir können zum beispiel noch ein beispiel machen wo wir sagen dieses imac mockup ist vielleicht jetzt ein blödes beispiel wir haben schon eins mit dem macbook aber was wollen wir denn noch nehmen nehmen wir mal einfach so eine u-bahn werbung die sind wie gesagt jetzt alle kostenlos da steht auch dabei so die dürfte dann untergewissen da müsste euch bitte nur die lizenz anschauen die dieses jeweilige diese jeweilige psd datei mit sich führt durchlesen da wollen sie zum beispiel okay da müssten wir jetzt warten 229 sekunden dann folgen wir das von mir aus einfach gut jetzt hat sich der download freigeschalten ok so jetzt haben wir das auch runtergeladen jetzt geben uns das ganze auf unseren desktop lassen das ganze entpacken jetzt haben wir in dem ordner wieder die jpeg okay so kann es ausschauen und das ist die psd datei so die werden wir jetzt öffnen ok das ist ein koppel weit drauf und da steht der place artwork hier ich nehme jetzt mal einfach als beispiel nicht dieses bildschirmfoto ja damit ihr seht was ich meine aber da könnt ihr natürlich dann jedes x beliebige foto reinschieben speichern und sagt ihr habt eure u-bahn werbung im endeffekt ja also da könnt ihr dann euer eigenes logo reingeben ihr könnt euch reingeben ihr könnt ein freund eine freude machen oder für facebook das verwenden und so wollte ich das zeigen man kann natürlich die mockups auch selber machen sprich das dann anpassen dass er sagt ihr fotografieren ein foto macht aus dem mockup aber da gibt es eigentlich fast alles t-shirt mockups und und eben auch iphone mockups schaut euch das mal an vielleicht für den einen oder anderen eins dabei was einfach wirklich interessant ist und dann könnt ihr das für eure homepage nehmen oder einfach zur illustration zum beispiel wenn ihr flyer für jemanden gemacht hat und ihr seid eine werbeagentur dann könnte hier zum beispiel flyer dort eigenes design drauflegen und zeigt was ihr könnt oder ich habe das zum beispiel bei meiner seite wenn ihr euch meine seite anschaut habe ich hier auch das ein oder andere mockup glaube ich wenn man hier auf na nicht einmal habe ich glaube ich habe es im blog zum beispiel youtube videos verwende ich das auch immer wieder dass wenn ich ein mockup dass das passend ist schaut ob ich irgendwo eins finde ja wer wisst was ich meine was man damit umsetzen kann ich habe es glaube ich auf meiner firmen homepage zum beispiel wenn man hier auf meine referenzen geht habe ich das einfach damit schöner dargestellt wird und und nicht so 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 lasch mich auf die referenzen geht sieht man zum beispiel hier überall die sein mockup eben mit den jeweiligen seiten die ich gemacht habe ja so viel dazu schaut euch das mal durch gibt es einfach noch gibt einfach mockups ein da kommt eh mal wie mockup world.co da seht ihr auch was kostenlos ist manche kostenlos manche für manche müsst ihr denen folgen oder teilen so wie wir es jetzt hatten da gibt es auch in jedem bereich etwas also da gibt es bilder rahmen sportkleidung trikots auto mockup das können wir nicht alles machen wie ihr wollt dann danke fürs zuschauen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag bleibt motiviert und wir sehen uns im nächsten video Jochen und ich bin jetzt hier im nächsten Mal hier im nächsten Mal so so Untertitelung des ZDF, 2020